Ja, hallo Freunde, hier ist der Barmer und hier ist das nächste Replay auf meinem Channel. Das nächste Gast Replay, eingesendet mal wieder von Play12. Ihr kennt sie von der M44 Artillerie. Diesmal ist er unterwegs, ich halte mal kurz an, mit dem Tier 7 Jagdpanzer von den Deutschen. Einem 7er Jagdpanzer von den Deutschen. Diesmal ist es der Jagdpanzer, komplett ausgebaut mit der letzten Kanone. Das müsste die 10,5 cm Kanone sind, 200 Durchschlag, 320 Schaden. Sie hat auch nur normale Munition dabei, keine Goldgranaten und keine HE-Granaten. Scherenfernrotan jetzt ist drauf auf dem Fahrzeug und sie ist hierhin gelangt nach D-Day, Overlord, in ein 8er Gefecht. Und ihr könnt mal hier unten gucken, Jagdpanzer Mission 15 steht an, 3000 Schadenspunkte, um die Mission zu erfüllen. Und ich habe mir sagen lassen, das wird hier mal locker mitgenommen in dieser Runde. Hier gibt es blaue Bohnen für die 8er Heavys. So viel vorneweg, lassen wir das Ganze mal laufen. Einmal ein bisschen, obwohl, die 10 Sekunden gucken wir uns jetzt noch gerade an. Ja, wo fährt man mit dem Jagdpanzer hier am besten hin auf dieser Karte? Lassen wir uns mal überraschen. Was hat denn der Feind? IS-3, KV-5, ein Panzerungsmonster, 2T-34. Ja, das ist schon ein bisschen was an HEAVY. So, wo fährt sie hier hin? Sie dreht erst mal um und fährt zurück. Fährt sie jetzt an den Strand runter. Und macht den... Nein, sie fährt nicht runter zum Strand. Sie fährt hier... Oh, fährt sie hin? Aus dem Bild, aus der Karte raus. Nein. Gut, hier habe ich mich auch nicht hingestellt. Sie stellt sich nicht in den Busch. Also, sie will jetzt hier runter schießen zum Strand. Okay. Da ist aber erstmal nichts zu sehen. Einen Scout hat sie da unten auch. Einwandfrei. Wer braucht einen Busch, wenn er hier so hier oben sich positionieren kann? Das Blöde ist nur, bis jetzt keine Ziele. Jetzt haben wir da hinten einen M41 Bulldog. Der kriegt ja auch schon mal eine 300er reingezwirbelt. Und bleibt noch doof stehen. Also, ja, noch eine 300er. So, jetzt noch blind hinterher, wenn der da immer noch steht. Ne, er fährt weg, er fährt weg. Ah, schade. Oh, jetzt. Oh, Gott, oh, Gott. KV5 auf die Distanz. Wie weit ist denn der weg? 540 Meter. Ja. So, das war mal einer unten in die Mitte. Jetzt der Turm. Keine Chance. Ja. Ja. Jetzt wären vielleicht Goldgranaten sehr gut zu brauchen. Hat sie aber halt eben nicht dabei. Jetzt muss er halt so durch. Gut. A44. Dann kriegt der es halt direkt gekettet. Drei Schuss. Drei Schuss im Ziel. 900 Damage gemacht. Am Strand ist immer noch Ruhe. Da ist nichts. Der KV5. Sie hat es auf den KV5 abgesehen. Auf die Kanone. Naja, nix. Nix. Da kommst du nicht durch. 1963 Schaden brauchst du noch zum Großkaliber. 900 Damage hat sie gemacht. Ja. Kommt hier noch was? Auf die Distanz mit, äh, mit, äh, Methanetz. Jo, würde ich mich vielleicht auch nicht in den Busch stellen. Brauchst du, glaube ich, nicht. So weit sieht der KV5. Was kommt denn hier? Ein T34. Der kommt, wo kommt denn der da hoch? Ach, der ist da unten rumgefahren. Jetzt fackelt sie den noch ab. Aber der hat einen Feuerlöscher. Schade. Den hätte ich gerne lichterlo in Flammen gesehen. Aber die, jetzt guckt euch das mal an. 1800 Damage. Der T34 guckt jetzt hier rüber. Der weiß gar nicht, wo er hingucken soll. Jetzt haben wir hier noch eine IS-3. Das ist ja hier wie Tontaubenschießen. Und keiner weiß, wo ist denn überhaupt der Jagdpanther jetzt kommen. Ah, schade. Gut, dann kriegt es halt die IS-3. Einer in die Kette. Jetzt kommt zwischendurch mal noch einmal der IS-3. Jetzt ist ja schon mal die IS-3 dran. Ah, abgeprallt. Die IS-3 weiß auch nicht wirklich, von wo kommen die Granaten geflogen. Fährt jetzt erstmal hier vorne in Deckung. Dann halt eben wieder der KV5. Was sollt. Ah, der geht leider vorbei. Die IS-3 musst du jetzt natürlich aufpassen. Wer weiß, wo die hinfährt. Ah, die schießt hier hoch. Ah, wieder. Der KV5 ist einfach ein Monster. Auf die Entfernung mit normalen AP-Munitionen, also mit normalen AP-Granaten, ist da fast nicht durchzukommen. Vielleicht jetzt. Ne. Wieder nur seitlich abgeprallt. Schade, 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 schade. Der KV5. Jawohl. Jetzt haben wir einen 300er und dann ist er raus. Ein starker Gegner weniger. 9 zu 5. Noch einen Hit vielleicht und dann ist der Großkaliber drinne. 2.500 Schaden bis jetzt in dem Gefecht. Das heißt, 2800. Das heißt jetzt eigentlich noch 200 Damage und sie hat die Mission. Oh Gott, die IS-3 guckt. Und trifft volles Rohr. Jetzt ist die Mission drin. 3.100. Jetzt noch so ein Hit von der IS-3 und dann ist Ende Gelände. Kannst du schon mal... Was macht der jetzt? Was macht jetzt der Typ in der IS-3? Der denkt sich wohl... Ach, der Jagdpanther da hinten. Der ist rot hier in der WN8-Liste. Was will der denn? Da gucke ich doch gar nicht mehr hin. Da fahre ich doch gleich weiter. Ja, ne. So kann es gehen. Dann ist mal ganz schnell. Ich weiß nicht, was der vorhat. Was macht der denn da? Also, komm. Der muss jetzt aber raus. Der hat es echt verdient. So eine Pfeife gekettet. KV-85 schön in die Seite. Ne, der fährt nach hinten. Bauf. So, jetzt kommen wir eben raus. Ende Gelände. Ich weiß gar nicht. Es wird 3.800 Damage von der Position hier. Das war wirklich wie Tontaubenschießen. So, jetzt verfährt es immer noch ein bisschen Sprit, wie es aussieht. So ein klein bisschen Sprit kann man ja auch immer noch verfahren hier, ne. Ja, wie wäre das wohl am D-Day ausgegangen, ne. Damals. Wenn der Jagdpanther auch da an der Stelle gestanden hätte. Gut, das Match ist durch. Schaut euch die Stats an. Da gab es ein paar Auszeichnungen noch. Und, ja, 3.800 Schaden. Jetzt hat sie nicht mal als Gold dabei gehabt. Jetzt stellt euch mal vor, da wären noch Goldgranaten dabei gewesen. Der KV-5, der wäre, ich weiß gar nicht, da wären wir wahrscheinlich an die 5.000 Schaden rangekommen mit dem Ding. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzugucken. Und, ja, keine Ahnung, was die IS-3 geritten hat. Aber er hat ja mit seinem Leben dafür bezahlt, selber schuld. Und ich würde sagen, wir sehen uns nochmal im nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hier ist der Bambam und hier ist der nächste Let's Play oder Replay. Schickt mir eure Replays. Mehr kann ich nicht sagen, ne. Bis dahin, Tschiesekowski. Tschiesekowski.